Hallo, mein Name ist Felix Reinicke und wir befinden uns im barocken Pavillon des Schlosses Marek, der Anfang des 18. Jahrhunderts in dieser Form ausgestaltet wurde. Wir haben von euch viele Facebook-Fragen bekommen, die ich alle hier in meinem Baustellenhelm habe und ziehe jetzt eine Frage, die ich euch beantworte. Wie lange wird die Renovierung dauern? Die Renovierung des Schlosses Marek wird bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Anfang 2022 beginnt dann der Aufbau für die Niederösterreichische Landesausstellung. So, und ich ziehe die nächste Frage. Was passiert mit der ehemaligen Wohnung im Erdgeschoss? Werden die Stuckdecken wieder hergestellt? Auch die Wohnung im Erdgeschoss wird saniert. Besonders in den Wohnungen wurden in den 50er Jahren sehr viele Zwischenwände errichtet, die teilweise auch die historischen Stuckdecken durchschnitten haben. Wir werden diese ganzen Zwischenwände wieder entfernen und auch damit dann im Anschluss die Stuckdecken restaurieren.